willkommen zu einer weiteren folge letztes wieder Clash of Clans mit mir im Thorsten und ihr seht wieder im alten normalen 16 zu 9, 16 zu 10 Format, ne 16 zu 9 Format und ich hatte ja das Format am Wochenende umgebaut für den Livestream, ich denke mal war eine gelungene runde Sache, war so ein bisschen für alle Beteiligten das erste Mal, das erste Mal habe ich aber auch hier etwas gesehen und zwar einen OP Babydrachen, die Babydrachen sind unheimlich stark und wie stark so ein Babydrache hier sein kann, das sehen wir jetzt hier, also achtet mal jetzt ganz genau, ich wollte das nur nicht verpennen, sonst ist der Angriff ist morgen raus und deswegen habe ich gedacht, nimmst du den wenigstens einmal auf, denn der war wirklich, wirklich heftig hier, kann ich euch sagen, so ein Babydrache in Wut, was der jetzt hier auf dieser kleinen Ecke hier alles raus nimmt, ist unwahrscheinlich, ich meine er hat natürlich ein bisschen Support so von den Seiten, aber macht ja erstmal nichts, also erstmal den Slammer hier reingeschickt und Drachen kommt raus, ein paar kleinere Bogenschützen noch und mit dem, mit dem Ballon, aber jetzt seht ihr das, es wird gefriest, die Queen hinten mit dem Queen Walk dabei und der Babydrache immer noch dabei, jetzt wird hier nochmal, glaube ich, gefriest und der Babydrache einmal, ja ich weiß gar nicht, ob der jetzt da in Wut war oder ob der gar nicht in Wut, ich glaube der brauchte gar nicht in Wut sein, der ist ja in seiner Wut, aber die Heiler sind jetzt gerade da, das heißt also doch nochmal kurz, jetzt kümmert er sich erst um was anderes, jetzt nimmt er endlich den Inferno hier raus und da können wir mal sehen, was der jetzt gerade alles geschafft hat, unglaublich, echt der Hammer, mit der Clambook natürlich zusammen und also muss ich schon sagen, cooler Funnel hier, die Tornadofalle ist jetzt erstmal weg, so dass die Queen da schon mal nicht mehr reintrudelt und jetzt ging es, jetzt ging es hier, jetzt ging es hier mit, mit dem Funnel weiter, hinten mit dem King, der räumt jetzt die gesamte Flanke, dass die Miner auch den direkten Weg hier Richtung Rathaus gehen, die brauchen übrigens nicht, wir wiederholen uns auch immer gern wie YouTuber, man braucht übrigens hier nicht unbedingt die Borden auch annehmen, denn die Miner sind schneller wieder unter Tage, als dass die Bombe hochgeht, das ist aber, das war jetzt nicht so schlimm, weil der Adler die ganze Zeit immer noch geballert hat und nimmt die die ganze Zeit aufs Korn, also nicht die Queen, sondern die Miner, und da ist es nicht ganz unwichtig, dass die wenigstens so ein bisschen unbeschadet davon kommen, jetzt ist der Adler hier aber weg, Adler ist immer noch eine Schlüssel-Dev, aber ich habe es am Titel gesehen, wir wollen so ein bisschen Bo, wie heißt das eigentlich, Jibo V machen, also so ein bisschen, eigentlich eine Taktik, die so ein bisschen immer noch geht, sie geht nicht mehr gut, aber sie geht noch und wir sehen gleich auch mal, wie gut sie eigentlich gehen kann, denn auch meine Wenigkeit hat hier im letzten, also nicht in diesem klaren Krieg gegen die Schwarzwälder, haben wir, habt ihr ja wahrscheinlich gesehen, knapp nach Prozenten verloren, das war aber nicht so schlimm, war ein cooler Krieg auf Augenhöhe, haben wir auch absolut so eingesehen, klar, nicht absolut so eingesehen, wir haben es, wir haben es eingesehen, dass wir prozentual halt verloren haben, aber die Taktik, die wir eigentlich so ein bisschen im Thumbnail sehen, ist immer noch so ein bisschen so für, so ein bisschen, so ein bisschen für Brechstange ganz gut, kann ich euch kurz mal an einem Angriff vom Toto zeigen, ich muss mal gerade den letzten Klankrieg raussuchen. Jo, habe ich eben mal gemacht, hat ein bisschen gedauert, ich hatte eben mal die, die Sanduhr, und, aber ihr seht das hier auch gegen die, na, das war jetzt ein bisschen doof, die Riesen, hier oben fehlen Riesen, hier oben fehlen Riesen, denn hier hinten an der Ecke ist leider, da wo ich jetzt hier die Gebäude markiere, ist leider ein Tesla in der Ecke und ihr seht das auch hier, das sind Only Multis hier und hier ist auch noch ein Multi und trotzdem komme ich mit dieser Armee hier rein, ich meine, es gibt viele, die sagen, mach das bloß nicht, Multi Infernus und Hexen, überhaupt kein Thema, denn so viele Skelette wie die zur Zeit Spawn, mit den Riesen dann davor und den Bowlern dann auch noch im Backend, Maschine kommt jetzt gleich noch mit dazu und dann ging das hier mit den Helden erstmal schnurstracks rein, hier hinten sieht man es jetzt leider schon, ah, ärgerlich, der Tesla hat mich echt geärgert, muss ich sagen, aber er ist am Ende, denn ich habe ihn am Anfang nicht gesehen, weil ich auch ganz, ganz nah mit meinem Tabby war, ab und zu muss man, sollte man vielleicht auch doch mal raus scrollen, dass man dann sieht, oh, da ist vielleicht noch was offen, sollte sich vielleicht eine Truppe offen lassen, fatalerweise hatte ich auch zwei Heilsauber dabei, das lag einfach irgendwie an der davorherigen Armee, da habe ich mit meiner angegriffen, da war da wohl noch ein Heil zu viel drin gerutscht, aber gut, wenn ich sie schon dabei habe, dann nutze ich die natürlich auch und ihr seht das jetzt aber, es sind jetzt schon beide Infernus hier aus, in der Base schon mal weg und jetzt springe ich hier durch alle vier Compartments eigentlich durch, habe meinen Boden immer noch nicht gezündet, den brauchte ich auch gar nicht zünden, weil ich glaube, es geht überhaupt keine Truppe mehr hier über die Mauer, denn die Riesenbombe geht hier jetzt für, ah, okay, für einen Bowler ist so hochgegangen, also nur für einen einzigen Bowler, der Rest latscht nämlich außenrum, leider war hier außenrum ein bisschen viel, das hat alles ein bisschen Zeit gekostet, muss ich sagen, ich meine, hier war nichts gefährdet, das seht ihr anhand der Masse der Hexen hier, Bowler noch im Gepäck, Worden noch zündbar vor allen Dingen, einen Fries habe ich hier noch, den habe ich jetzt schon mal bei der Queen hier genommen, dass sie ein bisschen noch ein paar Sachen mehr raus bekommt, jetzt kriege ich natürlich Beschluss vom X-Bogen hier mit der Queen, habe ich aber gedacht, naja, ich meine, ich habe jetzt kein Zauber mehr, ich habe nur noch die Worden-Fähigkeit, die kann ich jetzt noch zünden und die Brechstangen-Kombination funktioniert immer noch, also sie funktioniert immer noch, gerade wenn es dann darum geht und ich habe auch gesehen, dass Rathaus hat, ich hatte auch einen ganz schönen weiten Weg dahin, es war jetzt also nicht so, dass ich jetzt dem Rathaus entgegengekommen bin, um ganz sichere zwei Sterne zu machen, sondern ich wollte hier schon die drei Sterne haben, auch wenn das hier eigentlich mein zweiter Angriff war, ich hatte hier nichts mehr zu verlieren und der Clan hatte auch nichts mehr zu verlieren und auch nichts zu gewinnen, von daher konnte ich hier alles geben, ich habe die Armee so bauen lassen, im Moment haben wir ja Event damit, deswegen hat man glaube ich immer, also ich habe das zumindest immer so ein bisschen so Event-Armee dann am Start, wenn man sie dann im CK ganz gut gebrauchen kann, suchst du dir eine coole Base aus und ich glaube, die war eigentlich nicht schlecht, hier 43 Sekunden immer noch, allerdings jetzt noch, die Mauern sind jetzt nicht so ganz, ganz so dolle, allerdings der Worden, hätte, hätte, Fahrrad Schloss sagen wir mal ganz, ganz viele, hätte der Worden doch den hier jetzt in seiner Aura einfach weitergemacht, nein, er ist ja eine unterstützende Einheit, das heißt, er unterstützt erst mal beim Mauer vernichten, hier bei den Hexen und schade eigentlich auch, wirklich schade, dann hätten die noch ein bisschen durchgehalten hier, leider macht mir der Mauer, der Mauerbrecher, der Wizard Tower, jetzt der Magerturm, so ein bisschen natürlich die, die Skelette und auch die Hexen kaputt, aber ich denke mal 92%, ich meine mit Brechstange, das ist nicht übel, oder? Das ist nicht übel, mal sehen, wie wir uns hier im freien Spiel schlagen, den Klangkrieg haben wir gewonnen, habe ich ja eben gesagt, wir hatten eigentlich weder noch was zu gewinnen, noch was zu verlieren, aber ich denke 63, 57 ist ganz stabil und ich gucke mal, was wir am Start haben, okay, oh, ich habe erst die meiner Armee am Start und danach Event, doof, da will der Toto hier was erklären von der Truppe, die es ja schon seit Ewigkeiten gibt und die immer noch ganz gut geht, ich meine, sie sind auf teuer, das ist keine Frage, was kostet sie hier, okay, es geht noch, die Bohler sind ja günstig, die Bohler sind ja günstig und da ich das Dunkel ja so jetzt nicht mehr verbrauche oder brauche, nehmen wir die meiner Armee jetzt, ich glaube, wir nehmen die meiner Armee jetzt erstmal mit, ich wundere mich jedes Mal, wenn ich einlogge, ich habe immer irgendwie ein Shop-Paket mehr, okay, den goldenen Pass, der steht jetzt immer drin, Book of Fighting und zwei Trainingsportions, 2,29, cooles Angebot, 925 würde so ein Trainingsbuch beim Händler kosten und die hier nochmal 50 drauf, das sind schon mal über 1000 Gems, was gibt es denn hier eigentlich, 1.200 für 10,99, das ist schon ein ganz gutes Angebot, Leute, kann ich euch sagen, das 2,99er würde sich echt cool rechnen, ich meine, das eine Ding hier, das bräuchte ich nicht, aber die beiden Trainingsportions, die kann ich ganz gut gebrauchen, mal gucken, vielleicht holt sich der Toto das mal sehen, aber lasst uns erstmal die 1 Armee wegballern. Hei hat der viel Dunkels, aber das Dunkel ist mir eigentlich egal, das will ich gar nicht haben, aber 629.000, ich weiß gar nicht, ich bin glaube ich schon wieder nach Champion reingerutscht, das kennt ihr sicherlich auch, wenn so viele, so viele droppen, ich muss mal eben schauen, was hier, oh, das ist ein Single-Entfernt ist, okay, Single, 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 wo hat denn noch was hier, ah, mehr hat er nicht, alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal mit unserer Queen in die Base rein, einmal hier einen Loon vorweggesetzt, mal sehen, aber er hat keine Falle hier außen, dann können wir das glaube ich machen und wir schicken auch mal, komm, wir gehen gleich mal mit unserer Karre rein, dann ist die so ein bisschen, geht die ein bisschen geschützt hier mit durch und mal sehen, den Warden, der ist auf Boden, ah, den nehme ich glaube ich gleich erst, ich glaube, den nehme ich gleich erst, das macht glaube ich an der Stelle etwas mehr Sinn, wir ragen hier mal die Queen, dass sie ein bisschen mehr weg macht, aber der Riese hält tapfer durch da, der Riese hält echt mal tapfer durch, Queen haben wir gepackt, keine Clanbook drin, das ist schon mal super und jetzt kriegt natürlich da so ein bisschen mein Päckerbeschuss, okay, ich habe aber auch nicht einen einzigen Fries dabei, das sollte ich mir vielleicht dann auch mal, mal angewöhnen oder abgewöhnen, dass ich hier mal so ein, dass ich hier doch mal einen Fries glaube ich mitnehme, ich glaube ich muss mal doch irgendwie einen Fries mitnehmen, aber ich habe ja meine lebenden Fries ist da, ich hätte ja meine lebenden Fries ist da, denn die Queen kriegt natürlich jetzt argen Beschuss, die nehme ich aber nochmal ein wenig jetzt gerade in Wut und, ja mal gucken, mal sehen wo die Miner jetzt hier so ein bisschen hin tapsen, ich musste die Queen jetzt so ein bisschen in Wut nehmen hier, das ließe ich jetzt gerade mal nicht vermeiden und eigentlich, ich will ja eigentlich gar nicht in der Mitte, der hat ja auch wieder alles, wie so üblich, alles hier außen, jetzt gehen sie natürlich doch rein, sie fühlten sich jetzt gerade so ein bisschen vom King angezogen, na okay, den hätte ich, ah, schon wieder ein Hals auf weggeschmissen, ah, das passiert mir dauernd hier, dass ich, wenn ich Steuerung drücke, einmal rein scrolle, dass ich den Zauber, der noch gerade so markiert ist, hier nehme, aber ich glaube die Miner haben wir ganz gut weggeboxt, hier, ah, da hinten könnten sie vielleicht noch ein Lager machen, ich habe jetzt auch mal so richtig kein Klima, da Clean hat mal wieder dabei, keins, und vielleicht werden, dass sie sogar noch, ah, zwei Sterne haben wir schon, okay, ich glaube ich brauchte noch zwei Sterne für den Bonus, und dann haben wir die 6000 hier auf jeden Fall gut gemacht, das Dunkle kann eigentlich behalten, ich brauche eigentlich nicht mehr den Punkt und, ach komm, egal, wir nehmen mal die drei, wir nehmen mal die drei Sterne hier mit, ich bin jetzt, wie gesagt, ich hatte heute keine Lust noch wieder zu droppen, ich bin hier irgendwie wieder nach Champion reingekommen, da ich gedacht, ah, tut er jetzt schon wieder eine halbe Stunde hier nur Königin setzen, pengen und raus, ah, ich hatte, ich hatte irgendwie keine Lust, ich hatte irgendwie keine Lust und, ähm, deswegen bin ich im Moment ein bisschen höher, ich meine, das ist auch nicht so schlimm, dafür habe ich jetzt, jetzt, das erste Mal mal wieder Champion Bonus bekommen, dann lassen wir die kurz mal ein bisschen reingekommen hier, die, die Event Armee, aber ich glaube, ich baue die Event Armee nach, ähm, also, die ist wirklich im Moment ja nicht teuer, die kostet a wenig, Elex und Big und Zee kostet sie wirklich nicht viel Dunkles, ähm, 16 Stück von denen hier, die nehmen wir mal nach vorne, eine Karre haben wir gerade verbraten, das habt ihr schon im Livestream gesehen, dass ich mich auch mal gerne ein bisschen anpiesel, wenn es darum geht, ein paar Truppen und so nachzubauen, ist einfach so, na, jeder hat, jeder hat ja so ein bisschen sein, sein Spleen, einmal den, einmal den, einmal den, passt, 22, kurzer Hellenreck hier, da machen wir noch einen mit der Event Armee, ich habe auch noch nicht wirklich damit viel gemacht, heute, muss ich sagen, denn ich habe heute ein bisschen WM geschaut, wir haben das Wohnzimmer gestrichen, wer es am Samstag mitgekriegt hat, da haben wir das Ganze vorbereitet, das haben wir natürlich heute gestrichen, also jetzt ich nicht, ich bin ja nicht Farbe, nicht Holz, ähm, sondern, was, was habe ich am Wochenende gesagt, ich mag es ölig, also, ich muss irgendwas mit Fett haben oder Öl, das ist mein Metier, und, ähm, heute auch nicht mehr unbedingt, ähm, aber früher war das halt so, und deswegen, ähm, hat das jemand anders gemacht, unten, äh, das Ganze gestrichen, aber ich musste zumindest immer wieder beim Rücken helfen und so, denn wir haben ja jetzt nicht alles rausgebracht, aber relativ viel dann halt, das ist dann halt wie so ein, wie so ein kleines Schiebespiegel, ne, kennt ihr sicherlich, ich weiß nicht, die jungen Zuschauer kennen das vielleicht gar nicht, oder so ein kleines Viererkastung, muss immer alles so verschieben, dass das schöne Bildchen dann da rauskommt, ich weiß gar nicht, wie das Game heißt, aber wir haben noch so ein paar Platten davon, aber wir wollen kurz mal ein Rack abwarten, zwei Tage noch locker Zeit hier, und, äh, da machen wir auf jeden Fall nochmal die Riesen, und die, die Bowler hier ist ein cooles Event, also ich kann euch das nur empfehlen, ab Rathaus 7, glaube ich, kann man es machen, ich weiß, 6, glaube ich auch, müsste ich gucken bei meinem Rathaus 6, ob das da auch geht, äh, klar, der hat natürlich Riesen, das geht auch schon bei 5 oder bei 4, aber da weiß ich nicht, wie viel Bowler man da reinnehmen muss, vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben, ab welchem Rathaus ihr das zurzeit spielt, vielleicht gibt es da draußen ja Rathaus 3, Rathaus 4, die mich jetzt gerade so schauen und sehen, der Toto macht das hier mit dem Rathaus 12, das könnt ihr ganz runterbrechen, ähm, das geht jetzt nicht, äh, bei allen, dass du die Hexen mitnimmst, das geht dann halt doch dann erst ab Rathaus, so geht auch ab Rathaus 4, dann hast du natürlich nicht die Bowler in der Clanbook, also dann musst du mehr angreifen, aber es geht natürlich auch, wir machen das aber jetzt mit der mir einfach mal weiter, und ich mache einen kurzen Cut, dann sehen wir uns zum zweiten Angriff wieder, ui, 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 den können wir mitnehmen, Donner, 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 Wetter, das coole ist bei solchen Offline-Bases, ah, da kommen meine Helden ganz gut durch, ich habe mir jetzt nämlich einen Trank eingeworfen, und ja, also tatsächlich kann ich euch sagen, ist das ja ein bisschen Spamtaktik, man muss, sollte sich nur überlegen, über welche Seite gehe ich jetzt rein, hier brauche ich gar nicht überlegen, der ist leer, der ist leer, deswegen kann ich die einfach mal, ich kann die einfach mal ein bisschen hier auf breiter Front setzen, die Riesen, die kriegen erstmal Beschuss, die Hexen auch einfach in Reihe dahinter, und dann lasse ich die Bowler mal noch nicht ziehen, sondern nehme jetzt mal die Karre mit, ich nehme jetzt schon mal die Karre, dann kann die hier durchfahren, und hat so ein bisschen Schutz von den anderen Truppen, Queen erst, den Warden erst, und dann den Dicken, denn der Dicke überholt die in der Regel, der ist ein bisschen besser noch zu Fuß, liegt halt da dran, dass der noch Schuhe oder schon Schuhe hat, die Queen bekommt ja Schuhe im nächsten Battle Pass, ich bin auch so gespannt, bei der Auszahlung dieses Passes hier, das wird richtig, richtig krank, glaube ich, werden, und wo müssen wir nachkommen, dann springen wir da mal weiter, dann geht das hier mal so, einfach mal direkt dran, aber ihr seht das, ich habe jetzt zumindest jetzt schon mal Frieszauber dabei, ob ich jetzt wirklich brauche, weiß ich nicht, aber ich würde ganz gerne den Heil, den kann ich hier, glaube ich, rauswerfen, ich glaube den Heil kann ich rauswerfen, und der Sprung war natürlich ein bisschen mauer, aber den hätte ich, glaube ich, hier unten, wo der Bäcker jetzt ist, hätte ich den, glaube ich, auch nicht hinbekommen, denn der ist noch ein bisschen tiefer, hier, wo ist mein King eigentlich, wo ist der King, okay, der King ist da, da ist der King, alter der King, okay, also, ich habe die Fries jetzt mal mitgenommen, dafür, dass ich dann vielleicht zum Ende hin nochmal genauso zwei Sachen hier hinten Friesen kann, so dass ich jetzt nicht, nicht wirklich alles vorballere, dass ich meine Helden im, im Boost auch immer drin habe, die Truppen sind ein ganz kleines bisschen eher fertig, je nachdem, wie sie nachbauen und wie lange ich nach so einer Base suche, das wüsste er selber, ich habe jetzt aber wirklich nicht lange nach dieser Base suchen müssen, und die Queen braucht den Sprung auch nicht mehr nehmen, ah, da ist das Loch sowieso schon auf, okay, also haben wir den auch ganz gut gerockt, ah, der Loot tut mir ganz gut, muss ich sagen, denn ich habe noch ein bisschen was zu tun in der Base, tatsächlich, deswegen farme ich auch gerade mal wieder ein bisschen vermehrt hier mit dieser Truppe hier, die können wir mal nachtrainen, aber jetzt haben wir 1, 4, 3, suboptimal, ne, auch wieder suboptimal, da ist jetzt ein bisschen was doofes nachgekommen, 1, 2, dann kriegen wir hier schon mal einen Sprung rein, 3 von denen, ja, das passt so, komm, die nehmen wir mal so mit, und den nach vorne, den nach hinten, einen nach da, jetzt kommt wieder der pingelige Toto in uns raus, und einen nach da, die Reihenfolge nehme ich einfach, weil das ist so ein bisschen das, was wir auch immer gerne verspenden, beziehungsweise gespendet bekommen, Frieszauber, Wutzauber, und die anderen Zauber eher hinten, ich würde eher noch sagen, den Gift nach hier hin, denn ich habe schon ewig keinen mehr gehabt, der einen Hals hauber wollte, oder gar einen Sprung zauber wollte, und den hauen wir, ich glaube, wir hauen noch einmal in den Sack, kommt, Leute, einmal hauen wir noch in den Sack, 5 Lager in a row, geil, guck mal, wie der die Lager da drin hat, ist das cool oder was, naja, egal, soll mich nicht weiter stören, ich muss mich jetzt nur ein bisschen sputen, ah, hier hinten sind 4 Magertürme, auch nicht schlecht, ich würde sagen, dann nehmen wir doch erstmal den, ah ja ja ja, das ist doch doof, doofe Base, okay, pass mal auf, wir nehmen den hier mal, und bouncen uns hier den, den, den Bogenschützenturm hier mal weg, und hier hinten, die, die Kaserne hier, jetzt muss nur der Bogenschützenturm, ah, das schafft er nicht, okay, alles klar, das haben wir weggebounced hier, und dann können wir hier hinten, kommt, Leute, wir gehen mal über Ecke rein, ah, ist mir jetzt auch egal, wir gehen mal über Ecke rein hier, mit unseren Truppen, Alter, was ist da, was kommt denn da, hallöchen, da kommen ein paar Lohns raus, okay, das war jetzt nicht mein Plan, ist aber nicht so schlimm, wir zockeln hier raus, und gehen hier auf über Ecke rein, soll er jetzt nur reingehen in die Base, es soll hier nur reingehen in die Base, ich glaube, ich brauche nicht mal springen, ne, auch nicht mal springen, mal sehen, der, die Karre fährt hier super rein, ich will jetzt mal, ja, da nehmen wir die jetzt mal in Wut, und dann können die, die Karre fährt immer noch so schön Richtung Rathaus, alles klar, das passt, und, ähm, ah, die schafft das nicht ganz bis zum Rathaus, okay, da müssen die Truppen hier vielleicht doch noch mal ein bisschen rüber springen, dann nehmen wir die, ich habe ja jetzt Wut, Wut ohne Ende dabei, dann nehmen wir die hier mal in Wut rein, dann kann, ah, da muss doch keiner springen, das, das war jetzt dämlich, das war dämlich, den hätte ich vielleicht doch irgendwo an einer anderen Stelle nehmen sollen, ah, sehr ärgerlich, sehr ärgerlich, hier hinten ist jetzt mal gerade alles gefreeßt, und, ähm, aber hier ballert jetzt gerade noch mal so richtig was auf meine Truppen rum, alles klar, einmal die Worten Aura hier gezündet, hier gibt es noch ein bisschen was mitzunehmen, also noch ist hier nicht das letzte Wort gesprochen, Leute, so nämlich nicht, also geht es hier noch außen rum, kaum die Lager, deine Mitte, nimmt schon mal die Queen, ah, die Mauer ist da aufgewiesen, alles klar, cool, die Mauer ist da aufgewiesen, das ist cool, jetzt kriegen wir doch noch ein bisschen, ähm, Elex, Elex noch, und vielleicht das letzte Goldlager, ich meine, das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau, den haben wir auf jeden Fall auch wieder cool gemacht, das Dunkle brauche ich mal wieder nicht, okay, ja, sieht ganz gut aus, ich hoffe die Folge hier mit dem Gibo V, Gibo V, hat euch ganz gut gefallen, Giant Bowler Witches, ist nach wie vor eine ganz gängige Armee, kann ich euch empfehlen, auch auf den etwas kleineren Rathausstufen, spielt die ruhig, übt damit ein bisschen, so 8er, 9er, 10er, 11er, ist gar nicht mal schlecht, und, ähm, ist auf jeden Fall immer wieder für Sterne ganz gut, und bevor ihr jetzt gleich in den Kommentaren schreibt, oder den haben wir ja auf null, in den Kommentaren fragt, Toto hast du das Angebot gegönnt, ja, ich habe mir das Angebot jetzt eben gegönnt, in der Tat, ähm, hat aber, auch was habe ich denn jetzt, ah, jetzt habe ich doof nachgebaut, okay, da muss ich gleich mal zusehen, dass ich einen Felsenwerfer loswerde, ähm, ja, ich habe mir das Angebot gekauft, das heißt, es ist jetzt mal eben raus aus dem Shop, das 2,29er, und es ist hier reingegangen, ich habe ja jetzt einen Trainingsrang genommen, ich habe am Wochenende eingenommen, und habe jetzt auch exakt wieder 5 Stück, die beiden sind da reingekommen, dass ich mir das Angebot wirklich gegönnt habe, ich habe jetzt 2 von den netten Schwertern hier, äh, wenn ihr also im Shop kauft, dann stapeln die hier, aus dem Event stapelt ihr hier nichts, das heißt also, später für die Power Potions, die es hier gibt, und für die Ressource Potions, die benutze ich im Moment auch nicht, ich booste nicht, die, meine Minen und Sammler könnte ich jetzt auch machen, dann würden die beiden nachrutschen, aber ich nehme lieber die 20 Gems hier, ich glaube, das macht mehr Sinn, und, dann fahre mich mal noch ein bisschen weiter, wir werden in dieser Woche noch wieder vom Rathaus her ein bisschen kleiner, ich wollte heute mal wieder ein bisschen auf dem 12er machen, wir machen dann aber in dieser Woche auch wieder etwas mit unseren 9ern, vielleicht mit den 10ern, weiß ich noch nicht, je nachdem ich dazu komme, ich hoffe, ihr hattet einen coolen Wochenstart, ob wir uns heute Abend sehen, das weiß ich noch nicht, denn ich weiß jetzt noch nicht, wenn ihr das Video mit das guckt, weiß ich noch nicht, ob ich abends spät zu Hause bin, früh zu Hause bin, oder ob ich dann überhaupt keine Lust mehr habe, für zwei Stunden Stream, aber, ja, mal gucken auf Twitch dann, ich würde sagen, bis dahin, haltet die Ohren steif, euer Toto, Mäschchen.